So und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Let's To Play To Getter Landwirtschaft Simulator 2013 mit mir in Sachsen Let's Play und diesmal natürlich wieder mit meinem Tinochen. Ja, hi Leute, grüßt euch! Natürlich auch wieder mit dem Clicki. Hallo! Mit dem Arctic Soldier. Hallo! Und heute mal mit dem Moritz. Tag! 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 Guten Tag! So, bevor es los geht in der Arbeitseinteilung, ich und Tino fahren zur BGA Arctic Soldier und Click machen hier hinten die Haufen weiter. Der Moritz kann noch das Feld fertig grubern, wenn er möchte und sich dann Click und Arctic Soldier anschließen. Ja, und da hätten wir ja eigentlich jede Arbeitsverteilung eingeteilt, wa? Ja. Passt. Passt, ne? Na dann, Tino, let's go! Fährst du vorne weg? Ne, fährst du vorne weg. Äh... Ja, ich wieso nicht mehr? BGA. Ich glaube erstmal hier lang, wenn mich nicht alles täuscht. Unterfeld 30. Unterfeld 30. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur geradeaus bis auf die Hauptstraße und dann nach unten. Wieso habe ich kein Gewicht vorne dran? Weil es ein anderer Trecker ist. Weil es ein anderer Trecker ist. Weil es ein anderer Trecker ist. Ah. Hallo. Eiweiß-Diät. Äh, du. Du in deinen Eiweiß-Diät, ja. Das heißt ja nicht, dass es wirkt, ne? Richtig. Aber ich schaff nur... Ich geh da oben in den Traktor. Ich schaff nur knapp 40. Ehrlich? Ja, schneller. Schneller darf der Bergmann und nicht fahren. Das ist das Problem, der Map. Das ist in der neuen Version aber behoben worden. Ach so, okay. So, ja. Heute, wie du gesagt, neu dabei ist der Moritz. Leider der einzige Gast, der heute gekommen ist von den Einladungen her. Schade drum, aber egal. Frage ich mich immer noch, warum. Ja. Gute Frage auch. Du hast die Chance erkannt. Die anderen, die haben nun mal keine Chance mehr, Pech gehabt. Wer ist eh mal versagt. Ja. Muss ich auch sagen. Beim Megaprojekt habe ich auch für die Donnerstagsaufnahme zwei angeschrieben. Einer, äh, zwei, drei angeschrieben. Einer kam nur jetzt angeschrieben. Ähm, für die Sonntagsaufnahme zwei Leute. Keine Rückmeldung. Hm. Äh, 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 äh. Wir sind hier ein bisschen... Na, egal. Wir können auch hier vorne rechts abbiegen. War mir klar. Ja, Moritz. Erste Folge halten wir immer so, dass die Gäste da so ein bisschen über sich schnaken. Kleinen Platsch aus der Jugend oder aus der Kindheit. Je nachdem wie sein Alter grad bestimmt ist. Und, ja, da würde ich mal sagen, überlasse ich dir mal das Wort. Bei des Willen, das Wort überlassen ist immer schlecht. Ist immer schlecht. Also ist immer schlecht. Entweder rede ich viel zu lange oder irgendwann mal gar nicht. Och, naja, viel... Das viel zu lange reden, das kennen die Zuschauer herrschen. Ja. Ne, aber du kannst einfach mal kurz, wie alt du bist, was du so treibst, was vielleicht deine Hobbys sind und so. Bei des Willen. Okay, also, da fange ich mal an, ja. Mein Alter ist 14. Klingt jung. Ja, 14. Ich weiß nicht. Wenn jetzt die meisten schon wieder sich ein Faceballen geben und sagen, oh ne, schon wieder so ein kleines YouTube-Kid. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass YouTube... Achso, es gibt Leute... Achso, es gibt Leute... Ich fahr, ich fahr dir direkt den nächsten... Entschuldigung. Ganz, ganz kurze Unterbrechung, Moritz. Hast du... Drückst du eine Push-to-Talk-Taste, wenn du redest? Nein. Dann müsstest du deinen Push-to-Talk mal ein bisschen einstellen, weil du... Nein, nein, ich drücke keinen Push-to-Talk. Dann müsstest du die Sound... Und die Sound-Empfindlichkeit etwas einstellen, weil immer ein bisschen abgehackt ist. So, okay. Weil dein Mikro wahrscheinlich zu spät anschlägt. Jetzt einfach mal bei TS unter die Einstellung. Oder mein Mikro ist zu weit weg von meinem Mund. Das habe ich jetzt näher herangeschoben. Ich weiß nicht, ob es jetzt geht. Jetzt... Jetzt... Kommt's flüssig. Okay. Dann war das zu weit weg. Okay. Das tut mir leid. Kein Thema. Okay. Wo war ich denn stehen geblieben, ja? YouTube-Kiddy. War schon erstmal Werbung... Werbung in YouTube-Videos. Ist immer ein gutes Thema für mich. Weil ich mich da jedes Mal drüber aufregen kann. Äh... Außer die Werbung ist berechtigt. Äh... Was heißt jetzt Werbung? Ähm... Ihr kennt doch sicherlich... Ähm... 12-jährige Leute oder 13-jährige Leute, die YouTube-Videos machen. Ja. Ähm... Zehn Abonnenten haben und über jedes Video eine 20-Sekunden-Werbung spannen. Ja. Sowas meine ich. Okay. Ja gut. Man muss natürlich bestimmte Voraussetzungen haben. Das erstmal vorneweg, um ein Netzwerkpartner zu werden. Das sind meistens Klickzahlen, die man bringen muss. Deswegen verstehe ich das auch manchmal nicht so richtig, warum... Ähm... Welche, die relativ wenig Videos haben und sehr wenig Aufrufe noch dazu, dann sowieso Werbung schalten können. Aber da kennt sich vielleicht... Ja, das ist YouTube-Videos-Werbung, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, das ist ein... Ja. Das ist ein... Das kann heute da jeder werden. Okay. Aber, äh... Mal zurück zu dir. Und zwar, du bist 14. Erstmal hörst dich nicht wie 14 an. Scheinst da deiner Zeit etwas voraus zu sein. Und... Ja. Also, das kann man schon mal so sagen. Und, äh... Du machst noch Schule, nehme ich ganz stark an. Ja, das müsste eigentlich so sein, ja. Ja. Äh... Was heißt, müsste eigentlich so sein? Ja. Müsste... Also, wenn ich so nachrechne... Ja, ich müsste... Das, wo ich hingehen müsste, die Schule sein, ja. Ah, ja. Okay. Also, äh... Was besuchst du? Die Realschule, Gymnasium, oder? Ne, schon Gymnasium. Gymnasium. Ach, so ein Glutscheißer, ja. Läuft sogar relativ gut grad. 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 Das ist ja in Ordnung. So. Hast du ja gestern wahrscheinlich den Zweifel erst bekommen, oder? Noch nicht, nein. Noch nicht? Nein. Das kommt bei uns erst nächste Woche. Wo kommst du her? Aus welcher Region? Ähm... In Sachsen von... Einem... Einer Stadt. Äh, Randy? Ja? Kurzes Wendemanöver. War mir klar. Ja, ich hab jetzt gesehen, das Feld 30... Alles klar. Aber wir sind komplett richtig. Wir hätten nur hier vorne abbiegen müssen. Okay, äh... Was hast du so für... Für Hobbys? Gar nichts konkret. Alles irgendwann mal einfach ausprobieren. Achso, also hast du jetzt nix... Bist jetzt nicht in... In... Sag mal bin ich nur komplett hart. Naaah... Jetzt dreht der hier schon Witter. Äh... Ihr seid total falsch irgendwie, oder? Ist das... Ne, 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 wir müssen... Mach das Klick, glaub ich. Äh? Ach, hier vorne rechts. Müssen wir... Hier vorne rechts. Hä, wer ist das da unten? Wo geistet die denn grad drum bei Feld 11? Bei Feld 11? Ne. Ist jeder auf meiner Karte, sehe ich da einen roten Pfeil bei Feld 11? Ne, wir fahren jetzt gerade... Wir fahren gerade... Wir fahren gerade immer... Wir fahren gerade unter Feld 32, Richtung Biogas. Ja, äh... Also bist du jetzt nicht irgendwie in einem Verein, oder... Oder... Sonst irgendwas? Okay. Aber das ist... Das ist so gewesen, dass die Leute von dem Verein, wenn du da hingehst, ähm... Die erwarten ja von dir, dass du... Keine Ahnung... Beim Tischtennis jetzt beispielsweise... Ja. Die erwarten von dir, dass du... Ähm... Wenn du relativ gut geworden bist, dann... Keine Ahnung... Nach einem Jahr... Nach anderthalb Jahren... War ich ja dort... Und... Ähm... Wollen ja dann von dir, dass du zu irgendwelchen Turnieren gehst... Für den Verein, irgendwas machst... Und... Das weiß ich nicht alles... Ja. Da erwarten die dann eben auch von dir, dass du alle zwei Wochen irgendwo zu irgendeinem Turnier nach... Keine Ahnung... Boah... Irgendwo hinfährst... Keine Ahnung... Was... Drei Stunden Fahrt entfernt ist... Und das... Alle zwei Wochen... Da hab ich mir gesagt... Da hast du nicht so Bock drauf... Ja gut... Das ist halt... Wenn man dann... Gute... Gute Spiele hat... Das ist ja so... Ich bin ja auch Vorsitzender im Pokerverein... Und wenn wir jetzt irgendwo spielen... Dann ist ganz klar... Da schicken wir auch... Ähm... Na gut... Dann hast du ja noch vier Jahre Schule vor dir wahrscheinlich... Und... Ja... Also gibt's da... Denk ich mal noch... Gibt's schon irgendwie Planung, was du da mal so anstrebst oder... Ähm... Meine Planung ist das Ausland... Ah... Du bist ins Ausland... Okay... Ja... Und das heißt konkret... Ähm... Höchstwahrscheinlich Amerika... Weil... Wirtschaft... Und so weiter... Aha... Und dann... Muss ich... Denken, was ich... Dann machen werde... Also wie gesagt... Ich kann dir da... Äh... Im amerikanischen Raum... Kann ich dir... Äh... Kanada empfehlen... Weil die suchen sehr viele Einwanderer... Ne... Danke... Danke... Und äh... Haben halt... Ein Punktesystem... Das heißt... Wenn du einen... Guten Abschluss hast hier in Deutschland... Und... Gut Englisch kannst... Ne... Du bist da schon so gut wie sicher drin... Und... Haben halt auch ein sehr hohes Bruttoinlandsprodukt... Also... Fast genauso hoch wie die USA... Wirtschaft ist dementsprechend stark... Äh... Hast halt viel Platz da... Ne... Ja... Obwohl ja die Wirtschaft... Äh... Von den USA... Äh... Kann man eigentlich zweigeteilt sehen... Ob das eine stabile Wirtschaft ist... Ne... Ich hab ja nicht gesagt, dass sie stabil ist... Ich hab nur gesagt, dass die ein großes... Oder ein hohes BIP pro Kopf haben... Das ist richtig... Aber... Aber... Ich sag mal so... Die Wirtschaft in den USA... Also... Es stand ja jetzt mehrmals... Der... Der Konkurs... Des kompletten Landes im Raum... Ne... Ja... Ist halt bei dem... Mit dem Zwei-Parteien-System... Ne... Und dann... Wenn man das halt nicht alleine durchbringen kann... Ist klar... Ne... Ja... Das Problem ist... Die haben halt auch... Exorbitante Ausgaben... Ne... Äh... Vor... Ja... Vor... Da... Da... Wo du grad bist... Also sagen... In Richtung unserem Haupt... Wo wir grad dran sind... Der ist bei... Welcher Feldnummer? Ich kenn die Messer nicht... Einfach das Feld, wo du grad bist... Und dann auf der Karte nach oben... Einfach mal mit PDA auf die Karte schauen... Da oben müsste Klick auch irgendwo stehen... Ja... Da oben bei der 60 rum... Oder ist das schon gegrubbert? Einmal speichern... Das wo ich grade war... Ist schon gegrubbert... Dort wo der... Irgendwie am Anfang stand... Hm... Also hab der jetzt hier auf die große Fläche gekippt... Oder... Ins Fahrsilo... Ja wir haben... Ja wir haben ins Fahrsilo... Ja... Okay... Machen wir erstmal ins voll... Entschuldigung... Wie viel bei der Bastian... Wird der ewige drei Tage rein, oder? Ja... Äh... 23%... Also sagen wir mal aufgerundet... 25%... Bei... 450.000 aufgerundet... Mhm... Das läuft... Was... 450.000 in ein Silo? Ja... Und das sind 23%... Achso... Also... Also gehen... Äh... Zwei Millionen rein... Ja... Schätzungsweise... Ja... Gut... So... Hier ist... Welches Feld... Feldnummer ist das? Was jetzt noch gegrubbert werden muss? Meinst du? Ja dann nach 57... Gleich neben dem Hof... Moment... Ich schau mal ganz kurz auf die Map... Ähm... 57... Äh... Wie sieht's denn auf der 59 und 60 aus? 60... 59 und 60... Die sind... Gleich nebeneinander... Ja... Ja... Vor... Fünf Folgen... Okay... 55 ist glaube ich auch noch nicht getrunken... Aber... Ja dann wenn nicht... Dann... Äh... Schmeiß erstmal den Grober in die Ecke... Und würde ich sagen... Fahr mit ab... Wenn wir noch einen Anhänger haben... Äh... 25% sind... 475.000... Macht 1,9 Millionen pro Silo... Ja... Das mal... Das wir quasi... Jetzt erstmal die Silage hier wegbekommen... Ja... Eins nach dem andern... So... Und ich muss jetzt erstmal hier am Hof gucken... Ob ich hier noch ein Gewicht finde... Weil das geht natürlich auf dem Zeiger... Hat ja auch einer geschrieben... Wir sollen hier mal Multifrucht machen... Also Hand von so... Könnte mein Gewicht... Wenn... Ich könnte mein Gewicht ablegen... Äh... Ah ja... Dass das halt nur die Map kann... Aber wir halt keine Geräte haben... Die das können... Wir haben... Ne... Multifrucht Geräte haben wir hier drunter gar nicht... Das ist das Problem... Das ist leider nicht bei... Auf der Map von Becky... Auf der Hagenstelle Modify... Wo dann alle Geräte automatisch... Multifrucht tauglich werden... Ja... Stoooooo... Okay... Gut... Ansonsten... Moritz... Ich sehe gerade... Bei dir steht... Ähm... Bei TS steht einmal Moritz... Und dahinter steht Menzel Gaming TV... Heißt das du... Besitzt selber einen YouTube Kanal... Und... Ja... Okay... Okay... Dann erzähl doch mal ein bisschen was... Also du hast einen YouTube Kanal... Was... Äh... Lädst du Videos hoch? Ja... Momentan... Ähm... Für alle Projekte... Relativ eingestellt... Weil es gerade... Vor allem... Vorderzeugnis... Ausgabe schulisch nochmal losgeht... Was mich... Momentan total an... Ja... Also quasi... Zeittechnisch... Ist es dir einfach nicht möglich... Ne... Aber in den Ferien... Kommt definitiv... wieder Far Cry 3... Da werde ich das Projekt dann... Wahrscheinlich auch beenden... Habe ich jetzt bestimmt schon... Vor 2-3 Monaten angefangen... Richtig... Richtig... Geiles Spiel... Ja... Far Cry 3 habe ich... In dem Moment... Ja... Bisschen älter... An dieser Stelle kann ich auch nur sagen... Das Spiel ist mega... Ja... Und ich kann euch verraten... Das Schluss ist episch... Ein... Etwas mehr als ein Jahr jetzt... Genau... Was willst du denn mit episch? Nur weil du da ein paar Titten anfangen kannst? Ne... Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ich habe es selber... Let's Played... Wo es damals ganz frisch rauskam... Und... Bei dem Schluss... Ist mir dann... Schon ein bisschen die Gänsehaut gekommen... Das ist genauso wie... Ähm... Ähm... Warte mal... Wie hieß das? Ähm... Dieses Bioshock Infinity... Infinite... Infinite... Ja... Also... Das Ende war ja... Das war ja... Abartig gut... Ja... Ich bin ja momentan... Deus Ex... Human Evolution am Spielen... So... Da muss ich jetzt ab... Abfahren... Hat ja auch alternative Enden und so... Je nachdem wie man spielt... Habe ich... Zumindest gesagt... Dass man alle Enden erleben soll... Naja... Weil äh... Ich feiere das momentan richtig hart... Vor allem weil das einfach mal wieder so ein Spiel ist... Was mich richtig... Angefixt hat... Ja... Aber bei Far Cry 3... Da wo das dann ist... Also... Was die Viecher da meistens ausgehalten haben... Das war ein bisschen unreal... Weil wenn ich auf einen Tiger schieße... Mit einer Sniper... Und dem genau einen Schädel... Na ja... Und der fällt nicht um... Dann finde ich das schon ein bisschen unreal... Weil da gehört ein Elefant... Soweit ich das verstanden habe... Ist das Schadensmodell so... Dass du wenn... Mit einer Sniper auf den Kopf von einem Tier zielst... Das glaube ich gar nicht mal... So viel mehr Schaden macht... So weit ich das verstanden habe... Ja ja... Nicht das auf einmal Gas und Blemse verwechselt... Ja... Einfach einmal da hoch schießt... Und dann müssen wir bleiben... Wir können jetzt schon mal 1,2,3... Wenn wir noch 2 voll kriegen... Kann man dann alle mal gleichzeitig fahren... Der ist bei 8000... Aber Tino... Der reitet den Berg ganz schön ein... Ja komm Tino dann... Äh... Warte mal... Auflagetisch... Muss ich mal ganz kurz schauen... Umschalten... 5... Äh... 5... Und dann mit 5 und 8 auf dem Num-Pad... Äh... 20% hast du ja schon mal drinnen... Ist eigentlich genauso wie bei der anderen Maus... Nur dass du eben das Umschalt links dazu nehmen musst... Aber Tino stellt das Gewicht richtig ein... Umschalt... Ne das habe ich gemacht... Achso das hast du gemacht... Alles klar... Gut für die... Für die Folge ist... Ja... Den Arm habe ich ja hier auch... Den Hauptarm noch nach rechts gefahren... Dass wir möglichst weit hier rauskommen... Also... Alles klar... Naja gut... Aber für die Folge sind wir eher erstmal durch... Aber erst mal mit diesem kleinen Einblick... Für den heutigen Montag wieder... Und jetzt wird der Tino etwas zu weit auf dem Berg... Ah... Das Ding das... Das spackt so ab ey... Das gibt's gar nicht... Versteh das einfach nicht... Muss... Machen wir einen Tischen... Machen wir einen Tischen bitte weit höher... Aber das kriegen wir schon hin... Spätestens in der nächsten Folge steht er wieder... Oder er steht jetzt schon wieder... Je nachdem... Also wenn euch das Video gefallen hat... Dann lasst eine positive Wertung vor... Meines Däumchens... Dann wisst ihr Bescheid... Und wir sehen uns dann... Morgen wieder... Bis dann... Tschüss... 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 Tschüss...